Moin meine Freunde meines Kanals und schön, dass ihr eine weitere Runde eingeschaltet habt bei meinem Video. Ich bin der Matze und damit begrüße ich euch sehr herzlich. Ja, ich würde sagen, steigen wir ein in die Welt der Finanzen, in die Welt der Edelmetalle, in die Welt der sonstigen Asset-Klassen. Das wird einfach wunderbar. Und zwar heute geht es um ein sehr spezielles Thema. Thema, Frage, Antwort, ist das Edelmetall, Gold oder generell auch Silber oder generell Edelmetalle überhaupt ein Krisenmetall? Denn leider Gottes hat sich so ein bisschen die Meinung manifestiert, dass Edelmetalle gerade auch jetzt durch das Jahr 2021, was ja generell schwach gelaufen ist für den Goldpreis, da brauchen wir gar nicht hin und her diskutieren, eben kein Krisenmetall ist. Und ich möchte gerne mal meine Sicht der Dinge auf dieses Thema Edelmetalle, ist Gold ein Krisenmetall, ja, preisgeben, sodass dann jeder mehr oder weniger sein eigenes Fazit dadurch ziehen kann, ob Gold jetzt tatsächlicherweise dieses ultimative Krisenmetall ist oder halt eben nicht, ja. Zunächst einmal muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Tradermacher hat ein sehr interessantes, wenn auch gleich ein gutes Video veröffentlicht, Goldman Sachs jetzt Gold kaufen. Ich habe daraus jetzt aktuell ein Thema gemacht, Goldman Sachs, Gold ist kein Krisenmetall. Warum, wieso ich das schreibe, darauf komme ich gleich. Denn sie haben einen Absatz in ihre eigenen, ja, Veröffentlichung reingedonnert, sozusagen. Also bei ihrer eigenen Analyse, Goldman Sachs hat sozusagen eine Analyse veröffentlicht, wo sie sozusagen den Goldpreis im Jahr 2022 sehen werden, oder was sie sich vorstellen könnten, wie dieses Jahr 2022 vonstatten geht in Bezug auf das Thema Inflation und wie das vonstatten gehen wird mit der Federal Reserve, was die Zinsanhebungen betrifft und ob Gold dann sozusagen aus dem, ja, Stand-up noch performen kann, weil eben die Zinsen angehoben werden und so weiter und so fort. Im Prinzip schreiben sie, Gold is a hedge against bad inflation. Also im Prinzip schreiben sie da rein, dass Gold ein Schutz gegen Inflation ist, das aber im Jahr 2021 nicht so funktioniert hat, weil der Markt das mehr oder weniger so eingepreist hat, dass die Inflation ja kurzfristig ist. Was ja im Prinzip ständig von der Federal Reserve auch so konzentriert wurde und veröffentlicht wurde, so nach dem Motto, ihr braucht euch ja, ihr wisst es ja, ihr habt es ja sozusagen alle vernehmen können in der Öffentlichkeit und immer wieder gesagt wurde, ja, liebe Leute, liebe Investoren, liebe Anleger etc. und so weiter, ja, ihr braucht euch da keine Sorgen machen. Die Inflation ist nur vorübergehend. Ihr braucht da gar nicht drüber nachdenken, was sind schon 2-3% Inflation, wo wir aktuell sind, wissen wir, über 7,5% Inflation, zumindest in den USA, Tendenz weiter steigen. Wie das jetzt ab März wird, wenn sozusagen die FED die ersten Zinsen anhebt, werden wir sehen und ob der Markt dann im Jahr 2022 so allmählich erkennt, dass die Inflation eben nicht vorübergehend ist, sondern dass das ein wirklich steiler, steiler Weg sein wird, auch für die Federal Reserve, das überhaupt noch irgendwie in den Griff zu kriegen, ja. Das wird ein heißes Thema und ich könnte mir vorstellen, und ich schließe mich da der Analyse von Goldman Sachs durchaus an, dass da der Goldpreis noch aus dem, ja, Hintertreffen sozusagen ganz schnell performen wird, weil dann der Markt eben erkennt, oh, oha, ja, die Inflation ist ja doch nicht so vorübergehend, wie die Federal Reserve einerseits konstantiert hat und durch die Maßnahmen, die die Federal Reserve dann sozusagen, ja, veröffentlichen wird, also die Zinsschritte, die sie dann in den Markt hineinbringen wird, wird womöglicherweise nicht so diesen Effekt haben, wie vielleicht der Markt gehofft hat, ja, dass dann die Inflation verschwindet. Ich habe es ja schon mal in einem Video gesagt, stellt euch vor, wenn die Federal Reserve am März 0,25, also 25 Prozentpunkte erhöht, was sind schon 25 Prozentpunkte? 0,25 Prozentpunkte bei einer Inflationsrate von 7,5 Prozent in den USA. Ja, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist einfach, das ist einfach lächerlich. Das heißt, die Federal Reserve muss da ganz andere Maßnahmen ergreifen und das wird sie aber nicht können, ja, also das ist zumindest meine Meinung, dass sie das dieses Jahr definitiv nicht in den Griff kriegen wird, auch nicht mit vier oder mit fünf Zinsschritten, wenn auch gleich die Federal Reserve immer wieder 25 Prozentpunkte anheben würde, was dann im Umkehrschluss bedeutet, bei vier Zinsschritten, dass wir dann ungefähr bei einem Prozent wären. Auch da stellt sich die Frage, was ist ein Prozent gegenübergestellt von 7,5 Prozent? Also das ist jetzt erstmal so ein bisschen Feedback, damit ihr greifen könnt, wie der Markt sozusagen das ganze Thema im Moment, das ganze Thema Gold im Moment eingepreist hat, was diese angebliche vorübergehende Inflation betrifft. Also von daher, um das nochmal abschließend zu sagen, kann ich mir gut vorstellen, dass Goldman Sachs mit dieser Analyse durchaus recht behält, dass Gold noch, ja, extrem performant, also was heißt extrem, durchaus performant wird, bis circa zweieinhalbtausend US-Dollar pro Finanze Gold, mindestens 2000 US-Dollar sollten erreicht werden dieses Jahr. Ja, also so zumindest die Analyse von Goldman Sachs. Aber, und jetzt kommt der interessante Teil dieses Videos, sie haben noch was dazu geschrieben, Gold ist für Geopolitik, Political Hedge of Lost Resort. Und dadurch ist ein bisschen ein falscher Eindruck entstanden in der Öffentlichkeit, weil Goldman Sachs hier ausführt, wie sie, dass sie sozusagen das Thema Gold womöglicherweise, es steht nicht explizit drin, ich werde es gleich nochmal übersetzen, womöglicherweise nicht als Krisenmetall sehen, ja. Im Prinzip steht hier folgendes drin, schließlich fungiert Gold als wirksame Absicherung gegen geopolitische Risiken, aber nur, solange das Ergebnis der aktuellen Situation schwerwiegend genug ist, um die US-Wirtschaft zu beeinträchtigen, wie zum Beispiel der 9-11, also der 1. September oder der Golfkrieg im Jahr 2003. Weniger bewegt sich Gold allgemein, also das Asset-Klasse-Gold, wenn Ereignisse, die keinen direkten Bezug zur USA haben, den Markt nicht so direkt beeinflussen, wie zum Beispiel die Annexion der Krim, ja. Und dadurch ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, okay, Goldman Sachs sieht hier sozusagen Gold gar nicht so als Krisenmetall, sondern eher vielleicht noch so als Fluchtmetall, aber eben nicht als dieses ultimativen Krisenmetall. Und ich möchte das mal in diesem Video ein wenig korrekt stellen und richtig stellen, weil das sehe ich schon anders, ja, weil sie schreibt mir selbst, schließlich fungiert Gold als wirksame Absicherung. Finally, Gold acts as an effektiv geopolitical risk hatch, but only as long as the event is served enough to impact for US-Economies such as 9-11 or for the 23-Golf, also Golfkrieg, at moveless less when events do not have a direct link to for us, such as the annexion of Crimea, also Annexion der Krim in dem Fall. Das heißt im Umkehrschluss, die Krise muss so groß sein, dass sie die US-Wirtschaft mitunter beeinträchtigt, dann haben wir eine, wie soll man sagen, eine weltweite Krise, weil ja die USA, wir wissen ja, dass vieles in Dollar gehandelt wird, eben dadurch beeinträchtigt wird und der Markt eben dann sozusagen umkippt in alle anderen Bereiche, also Finanzbereiche der Welt, ja, also nicht nur USA. Also man könnte es fast sagen, dass die USA oder in dem Fall Goldman Sachs sich sozusagen davon ausgeht, dass die USA sozusagen, wie soll ich das vielleicht am günstigsten formulieren, an der Spitze der Finanzmärkte steht und wenn der kippt, dann haben wir eben diese Krise und dann wird Gold eben sehr schnell, sehr extrem nach oben steigen. Das heißt im Umkehrschluss, meiner Auffassung nach, aber gerne dürft ihr das, ja, wie soll ich sagen, frei interpretieren, dass Goldman Sachs hier sehr wohl eingesteht, dass eine Krise, das, ja, oder anders formuliert, dass es Edelmetallgold durchaus ein Krisenmetall ist, wenn diese Krise nur hoch genug ist, ja. Jetzt stellt sich ja die Frage, was ist eigentlich generell eine Krise? Ich meine, wenn man das jetzt mal einfach herunterbricht, muss man sagen, ja, selbstverständlich ist eine Annexion der Krim, Krim in dem Fall oder auch aktuell diese Ukraine-Krise, was ja im Prinzip schon sehr, sehr lange sozusagen in der Weltöffentlichkeit ein Problem ist. Das ist ja nicht erst seit 2022 so, sondern wir hatten das Problem mit der Ukraine ja schon mal. Also das zieht sich ja schon länger in der Weltöffentlichkeit hin und dementsprechend ist das am Markt eingepreist. Insofern ist das für den Markt aufgepasst, wie ich das sage, für den Markt keine Krise, ja. Selbstverständlich ist das de facto eine Krise, wenn Menschen sterben, weil es ist immer irgendwie schlimm genug, wenn nur ein einziger Mensch stirbt, ist das halt, ja, Kacke auf gut Deutsch gesagt. Aber es ist halt für den Markt in dem Fall nicht diese globale Krise, wie wir es als Privatinvestoren vielleicht von außenstehender betrachten würden, ja. Für uns ist die Ukraine, das ganze Ukraine-Team eine Krise. Es ist auch eine Krise, wenn man jetzt Richtung Afghanistan schaut oder der Einmarsch der US-Truppen in den Irak war auch de facto eine Krise etc. und so weiter. Es gibt ja viele Krisen, ja. Die Pandemie 2021, 2020, 2022, 2019 beginnend, war eben auch eine weltweite Krise. Aber man muss halt verstehen, dass der Markt anfängt, solche Dinge einzupreisen. Und in dem Moment, wo halt eine Krise eingepreist ist, ist es halt für den Markt de facto keine Krise mehr. Und das ist auch der Grund meiner Auffassung nach, warum Gold sich dann schwer tut, diese Krisen in der Öffentlichkeit zumindest so weit auszugleichen, dass man das als außenstehender Investor auch als Krisenmetall wahrnehmen kann, ja. Aber wenn jetzt das Thema Gold oder in dem Fall eine Krise entstehen würde, wie zum Beispiel 9-11 oder zum Beispiel der Golfkrieg oder aber auch andere Dinge, die unmittelbar, ja, nicht vorhersehbar sind oder nicht einpreisbar sind in dem Markt, dann wird Gold extrem sehr schnell steigen. Dieses Beispiel haben wir auch gesehen. Ich kann das auch nochmal greifbar machen, damit ich nicht hier nur immer irgendwas, ja, rede, ohne irgendwie das untermauern zu können. Gehen wir mal hier rein. Hier möchte ich euch das mal zeigen. Hier haben wir nämlich genau diese Krisenfunktionen vom Edelmetallgold. Wenn wir nämlich hier gucken, mal im Jahr 20, am 24. August 2011, also 2011, wir wissen ja, was da gewesen ist. Finanzkrise beginnt 2008, die C3 und so weiter. Dann sehen wir hier 8. Oktober zum Beispiel, wo es dann ganz unten war, ja, hier. Ich würde sagen, ab hier ungefähr 8. Oktober 2008, wie es steil Gold in diesen zwei Jahren gegangen ist, ja. De facto war das ja genau diese Krise, die Goldman Sachs ja beschreibt. Beginnen 2008 durch, ja, nicht JP Morgan Chase, sondern Lehman Brothers Pleite, genau, so rum Lehman Brothers Pleite, Pleite, so rum. Dann war das ja genau diese Krise, von der in Goldman Sachs spricht, dieses weltweite Bankenkippen, dieses womöglicherweise weltweite Bankenkippen, diese womöglicherweise sich ausbreitende, globale Finanzkrise beginnt 2008 in den USA durch Lehman Brothers, ja. Das ist ja genau diese Krise und in dem Fall genau der Beweis eben für diese ultimative Krisenabsicherung von Gold, ja. Für, gegen das, gegen dieses, gegen diese, gegen das Wetten dieses Finanzsystem, also sozusagen diese Gegenwetter, ja. Und das sehen wir hier ganz gut, wenn ich jetzt gucke, 2008, wie der Goldpreis in diesen zwei Jahren bis eben 2011, am 24. August 2011, also endend, in Anführungsstrichen endend, hochgegangen ist, ja. Dann haben wir ja hier erstmal gesehen, wie schnell der Goldpreis hier ein neues Allzeithoch markiert hat. Ist dann immer wieder vor sich hin konsolidiert, wo dann auch oft gesagt wurde, ja, Gold ist kein Krisenmetall, dies, das und jenes. Wir haben ja Krisen und Ende und warum passiert da nichts? Eben weil diese Dinge im Markt nach und nach eingepreist wurden und sozusagen die Futures oder anders formuliert eine Vorhersage stattfindet, wie es laufen könnte, ja. Und nicht nur in eine Richtung, sondern halt in vielerlei Richtungen, die dann sozusagen in den Markt eingepreist werden. Und dann kam aber eben 2019, Ende 2019, wir erinnern uns, wieder beginnend die nächste globale Krise, eben diese Pandemie, ja, bis der Markt es dann eingepreist hatte, eben auch wieder beginnend, ich würde sagen so ab, lass mich nicht lügen, so ab, ja, nicht so ab Ende 2019, vielleicht hier so ab Mai, Juni, Juli, wo es dann so richtig nach oben ging, ja. Und auch hier haben wir wieder dieses Beispiel, dieses extreme Beispiel, wie Gold sich in einer tatsächlichen, absoluten Krise, während der Markt das nicht einpreisen kann, wie sich das entwickelt, wie sich das abschätzt, ja, wie lässt sich das abschätzen, wie kann man das analytisch greifen, eben verhält. Und auch hier war es wieder so, dass der Goldpreis binnen kurzer Zeit vom Jahr 2019 ungefähr bis zum Jahr 2020 sogar innerhalb von einem Jahr, nicht in einem Zeitraum von zwei Jahren wie vom Jahr 2008, oder in dem Fall drei Jahren, von 2008 bis 2011, das sind ja drei Jahre, nicht zwei Jahre, sondern drei Jahre, sondern sogar in einem Jahr von circa 1.000, ja, ich würde sagen von 1.000, sagen wir mal von 1.400 US-Dollar, ich will jetzt hier nicht spitzfindig sein, eben wieder ein neues Allzeithoch markiert hat, bis 2.075 US-Dollar, ja. Und meiner Meinung nach, aber wie immer gilt, gerne dürft ihr das kommentieren, ist das der ultimative Beweis, was auch Goldman Sachs in ihrer eigenen Analyse theoretischerweise bestätigt, ja, dass eben Gold sehr wohl ein Krisenmetall ist, nur die Frage immer wieder in den Raum gestellt werden muss, was ist denn eine ultimative Krise, ja, wie nehmen wir eine Krise wahr? Und seitdem sozusagen die Pandemie, man könnte sagen, seitwärts verläuft, die Staaten angefangen haben, ihre Maßnahmen zu ergreifen, die wiederum in den Markt eingepreist wurden, Biontech, was weiß ich, aber auch immer was für Maßnahmen, das wird ja alles eingepreist in den Markt. Ist es so, dass der Goldpreis seither nicht als Krisenmetall wahrgenommen wird, weil diese Krise ja sozusagen bearbeitet wird, ja. Es ist ja nicht so, dass sich diese Krise weiter zuspitzt, so wie es vielleicht von vielen Menschen wahrgenommen wird, sondern sie wird ja bekämpft, sie wird ja zurückgeschraubt, es wird ja wieder versucht, die Dinge zu normalisieren und gerade deshalb konsolidiert der Goldpreis eben dann vor sich hin, mehr oder weniger, ja. Die Frage ist jetzt, und das ist eine These, die ich in den Raum stelle, ob die nächste Krise beginnt, wenn der Markt begreift, und im Prinzip, ich wiederhole mich, untermauert das auch die Analyse von Goldman Sachs, wenn der Markt begreift, dass die aktuelle Inflationsraten, das, was man an Geld in die Hand nehmen musste, um die Pandemie erst einmal Einhalt zu gebieten, zu bekämpfen, ja, diese Inflation nicht mehr theoretischerweise einfach so zu bekämpfen ist, dass die Inflation nicht vorübergehend ist, sondern dass es gewissermaßen einen nachhaltigen Effekt hat auf die Weltwirtschaft, ja, und die Inflationsraten nicht bei 7,5 Prozent bleiben, sondern vielleicht noch weiter steigen, ja, und die ICB und die Federal Reserve und alle anderen Zentralbanken theoretischerweise immer gewisserweise der Inflation hinterherrennen müssen, um sie zu bekämpfen. Wenn das der Markt begreift, dann wäre das der nächste Schritt der globalen Finanzkrise, ja, und dann würde Gold wieder definitiv offenbaren, das ist zumindest meiner Meinung, wie unglaublich mächtig Gold dann sein kann, ja, als Griesenmetall. Das ist meine Meinung dazu. Oder, ja, wie Erichsen auch gesagt hat, ein Fluchtmetall kann man so sehen, muss man nicht sehen, aber ich finde, das sind dann schon auch gewisse Wortglaubereien, Spitzfindigkeiten, ob man das jetzt Fluchtmetall nennt, ob man das jetzt Griesenmetall nennt, ob man das jetzt ein schwerer Zeitenmetall nennt, spielt in dem Fall ja keine Rolle. Der Punkt ist, dass Gold immer genau dann reagiert, wenn es unmittelbar nicht abschätzbar ist für den Markt, ja. Und zwar nicht nur ausschließlich für den US-Markt, sondern auch für den globalen Markt. Wenn das der Fall ist, dass der Markt oder der globale Markt, welcher, wie auch immer, ja, das nicht abschätzen kann, das nicht einpreisen kann, warte mal, ich mache mich mal ein bisschen größer, ja, damit ich das ein bisschen besser verdeutlichen kann, das nicht einpreisen kann, wie diese Krise vonstatten geht, vonstatten geht, vonstatten geht, meine Güte, vonstatten geht, dann steigt Gold sehr schnell und das konnten wir aus diesem Chart sehr gut herauslesen. Insofern, liebe Freunde, gerne kommentieren, was ihr dazu meint. Was sagt ihr zu dieser Analyse von Goldman Sachs? Hat Goldman Sachs recht? Wird im Jahr 2022 gerade eben, weil die Federal Reserve die Zinsen anheben werden muss, ja, und es wahrscheinlicherweise so kommen wird, dass der Markt erkennt, dass das nicht sehr viel bringt, ja, Gold dann weiter steigen, bis mindestens 2000 US-Dollar, Financing Gold und darüber hinaus, oder aber sagt ihr, okay, ich nehme das nicht so als Krisenmetall wahr, ich nehme das nicht so als Fluchtmetall wahr, für mich ist das einfach auch ein guter Ausgleich für Inflation, einfach Absicherung, einfach auch für meine Rente, was auch immer, gerne kommentieren, ich bin da sehr gespannt, was eure Gedankengänge dazu sind, ja, schreibt es mir unten rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, lasst mir gerne einen Daumen nördlicher Richtung da, gerne auch meinen Kanal abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, ciao mit V, euer Matze, Kus geht raus, viel Liebe. Kus geht raus,